Alter! Die werden genau so stark. Ach, die werden mal geil bei der Stimme. Alter, war das laut. Was? Soll ich doch mal das Öl daneben stellen? Aber ich glaube, das bringt nichts dabei. Soll ich stellen mal da eins daneben. Ich hatte ja gesehen, dass es noch brennt. So blöd sind wir auch nicht. Ich nehme jetzt mal das kleine bisschen. Klein zu klein. Ich gucke mir überhaupt was durch die Kamera. Alter, meine Ohren. Was hast denn du gemacht? Wann der Nebel ist zu viel, das ist noch nichts. Das ist scheiße. Wir müssen noch warten. Alter! Alter! So ein Teil brauche ich auch für Silvester. Alter, ich hätte das wirklich mal hier auf so ein Teil stellen müssen. Alter, das war ja ein Gerschlag zum Sachenkörper. Ich mache eine GoPro hier auf. Und für so eine Sachen will ich mir eine GoPro holen, die da ganz nah dran steht. Sieht man hier jetzt was? Da hat was gefunkt. Soll das gut sein oder schlecht sein? Da schmeiß ich noch so ein Teil hin. Da schmeiß ich noch so ein Teil hin. Hilfst du? Sitja, hilfst du? 3 8 1 0. 3 8 1 0. Das ist noch so ein Teil. Das ist noch so ein Teil hin. Das ist noch so ein Teil hin. Das ist noch so ein filter, ein Er intricate zu machen. Das ist noch ein Buch im Ausstattung. Das ist nun vorbei. Vielen Dank.